... hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montag, Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Meikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Ich bin wie der Ducha. Wo bist du? Ja, das ist es. Sieht so schön. Ja. Ich verstehe, es muss sich etwas aus dem Wasser sein. Vielleicht... Was? Ich bin dran? Okay. Musik Du bist dir aber irgendwie unsicher Was? Nein, ich bin mir unsicher Nee, nicht unsicher Hast du mich deswegen versetzt? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen Was ist jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück Nach sechs Monaten harter Arbeit Und du empfängst mich so Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie Entschuldige, das ist Leo Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020